Die von unsichtbarer Hand geschützt wurde vor Strafverfolgung, vor Abschiebung. Und diese merkwürdigen Geschehnisse müssen dringend aufgeklärt werden. Mehrere einzelne Straftaten wurden bei ihm nicht geahndet. Er wurde immer wieder laufen gelassen. Und das spricht sehr dafür, dass er entweder selbst ein V-Mann war oder dass man zumindest sehr dicht an ihn dran war. Das Land Nordrhein-Westfalen dementiert allerdings, dass man Amri als V-Mann angeworben habe. Und nicht nur das. Alle Verfassungsschutzbehörden haben sich untereinander versprochen, nein, unser V-Mann ist es nicht gewesen. Es spricht zur Stunde nichts dafür, dass er ein V-Mann gewesen sei. Ob Behörden versagt haben oder politische Fehler gemacht wurden, dazu müssen erst Informationen aller beteiligten Ämter eingeholt werden. Am Ende geht es darum, politische Verantwortung zu klären. Eine heikle Frage angesichts der bevorstehenden Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Bund.